In Deutschlands Erfindershow geht's drunter und drüber. Welchen Preis? Muss man auch kurz mal erklären? Scheint teurer zu sein. Es wird laut. Ah, babass! Heiß. Wow. Für meinen ersten Dutten nicht so schlecht. Und genial. Super simpel. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Wer hat die beste Idee? Hallo, ihr Paket ist da. Und schafft es, das Publikum zu überzeugen? Das Ding des Jahres. Nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr. Tor 7. Tor 7.15 Uhr.